ähm ähm heisse ok Max ähm Spoiler für dich schlag niemals gegen so ein Seelen-Dinge wir haben keinen Hinweis mitgemacht ach das hier ja ja ich muss ja noch gegen Hunde kämpfen der andere parkt durch die Wand oder was? ne der ist dort einfach durch ja hat mich komplett ignoriert und wollte dann dich haben weil du vorbeigerand kamst und wo wollen wir denn hingehen? ich würde einfach auf die Soil gehen ja ja ne was soll ich ich möchte nicht so in die Mitte jetzt da ich grad halbes Leben hab hier ist noch verbraucht wieder okay hat Maffbäume bekommen hm aufgeschlagen ja ich jetzt nicht noch mal zurück ist das jetzt grad explodiert? hier ist Heilung ne ne ich hab nicht geschlagen okay ich dachte schon das ist aber leise okay hier ist noch eins ich weiß ja das ist ziemlich häufig hm bloß haben wir in der Vorherkente runter eins gefunden hm okay wir haben ja dazu muss ich sagen die sind aber auch die sinds vielleicht häufig aber die sind ziemlich ähm ne ja mit diesen grauen die sind nicht so auffällig hm das stimmt je nachdem wo die stehen das wird ich so sagen also vielleicht sind die auch nicht so häufig vielleicht sind die genauso häufig wie jetzt so ein so ein Vogelsfall mit so einem Kürbis auf dem Kopf wie sonst immer hm dass wir jetzt bloß gerade Glück hatten ja hier ist ne Fähigkeit Giftsinn also waren hier auf jeden Fall schon Schüsse also ach man der Verbrannte ach so der Verbrannte Trigger das Pferd ah ich hab keine Ausdauer ich denk erstmal die Ausdauer bevor ich weiter vorgehe ähm ich höre Spinne hier vorne sind übrigens Raben ok ich weiß ich weiß da waren die Schüsse nie hier sondern im Benachbarten irgendwo so jetzt von unten noch rein ja ja ich hau da die Haffi an den Kopf also bin er nicht so weit weg von mir dass ich mich Oh Gott, ich hab die nicht gesehen. Och Mann, ich hab die nicht gesehen und hab die dann deswegen zu spät gezündet. Ich hasse die Drecksspinne, wirklich. Ähm, ich weiß, wer es. Oh, Schüsse, Schüsse. Aber Querschläge. Brot. Von da unten. Ich würde einfach hinten rausgehen. Hier ist nicht wirklich ein Stahldraht, Peter. Ja, doch, der war vorhin schon. Ist immer noch rot. Ja, der ist ja richtig getriggert dazu an mir. Okay. Bei mir hier oben ist ein Step-Sein. Ab am Wasser. Abbein. Schön, schön, schön. Ja, hinten war noch einer. Ja, bei mir. Wir haben uns gegenseitig. Okay. Das war schön. Der hatte so'n, 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 ähm, Dings-Zeichen. Der mich gegillt hat. Schwurzeichen. Was hat'n die für'n Roundhouse-Kill gemacht? Alter, Max. Ich hab' halbe AP, also einen halben AP-Bar. Ich versteh' aber nicht. Die hat anscheinend, keine Ahnung, ob die was geändert hat. Die hat nämlich mich angegriffen und dich gegillt. Ja? Ähm, mich hat aber auch gedamaged. Ah. Die hat uns beide gedamaged. Ja, gut. Wie? Wir haben ne Weile lang keine Hand mehr gespielt. Egal, egal. Ja. Geht man uns. Okay, PvP. Äh, PvE. Ah, nicht in PvP. Schön. Hey, hey, hey. Don't judge me. So. Oder, da kämpft wieder jemand. Uiih. Ja, ja, das könnte hinkommen. Nahtback hat's? Hier oben, hier oben ist noch einer. Äh, Terminus Handkanone und Gebrandmarkt, äh, hab' ich vergessen. Gebrandmarkt? Du siehst doch, dass es in Sparks ist. Ja, ich hab' den Namen vergessen. Ach. Hier oben ist auch noch einer. Okay, das heißt, es sind mehrere Teams. Also, es waren ja jetzt... Ah, den kann ich noch durchsuchen. Oh. Ich formuliert nicht mehr, wenn du fertig bist. Doch, ich auch noch. Zucker Nummer 12 gekriegt hat. Oh. Ehm. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020